Hi Leute! Nächster Part mit dem Sniper auf dem Weg zu Level 10. Wir sind mal wieder auf Sunset Shodan gelandet. Diesmal mal wieder mit der Pistole. Letzter Part war ja mit Dings. Ja, hier mit dem Dings. Mit der M95. Deswegen ist jetzt für die Pistole dran. Ja. So einfach ist das. Knallhart. Mal schon den wechseln. Ja, fahren direkt durch. Wir rushen direkt durch. Geh weg. Oh. So. Ich geh mal raus. Sieht nicht mehr so gut aus mit dem. Wir gehen jetzt erstmal die Rakete verminen. So. Jetzt können sie kommen. Fünf Dinge hab ich mir im Kopf gehabt. Hä? Oh. Oh. Komm hier. Tea Time. Erstmal einen schönen Tee trinken jetzt. Oh je. Oh je. Oh je. Guck dir das mal an hier. Die Pan-Tank-Action geht schon wieder los. Ich finde mal ein 41 hier. Ich würde besser mal ein bisschen aufpassen. Komm schon. Ich will den Tube-Jab legen. Also. Ach, das geht hier gar nicht. Ach, das geht hier gar nicht. Aua. Boah, geh weg. Lass mich. Ich geh mir aus dem Weg, man. Hä? Hä? Weißt du? Das ist extra die blöde Pistel. Aber ist die mir so dominant hier. Dass es mir nix bringt. Weil hier nur Tank-Action ist. Und das ist... Kacke. Anweilig. Doof. Blöd. Mist. Dreck. So. Und du? Wo willst du hin? Macht ihr hier? Lagerfeuer. Ja. Scheiß. Heiß. Ciao. ja genau wie das flugzeug der kopf kurz gedacht er werden ja mal rennen da kommt dahinten noch so einer ich hätte noch gehabt bock auf tank schnell weg ja 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 hängen wir noch eine dran wenn die hier so schnell gehen ja 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 So, der hat mich mit ihm erwischt. Hm? Da ist einer abgesprungen. Ich hab ihn genau gesehen. Shit. War ein Kommando. Wie ging das denn noch? Habe ich den denn erwischt? Hä? Komisch. Sehr, sehr komisch. Boah, 20 Sekunden. Drückt er mir hier auf der Auge. Ja. Der ist doch da. Da, 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 da. Das war's. Das war's. So, ich war doch gerade an den Tank.